Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Mein letztes richtiges Budget-PC-Projekt ist ja inzwischen schon wieder eine ganze Weile her und darum habe ich mir gedacht, schauen wir uns heute mal wieder einen richtigen Ultra-Low-Budget-PC an und zwar einen Gaming-PC, den ich für gerade mal 30 Euro gekauft habe und was man für so wenig Geld an Komponenten und damit Leistung bekommt und ob man damit überhaupt vernünftig zocken kann, schauen wir uns gleich an. Jedenfalls wird das hier nur das erste Video zu dem Gaming-PC, wir werden den nämlich in den nächsten Teilen noch weiter aufrüsten und versuchen wirklich das Maximale an Leistung rauszuholen, was die Basis hergibt, um für unter 100 Euro den schnellsten möglichen Gaming-PC zu bauen. Gefunden habe ich auch das Angebot hier mal wieder auf eBay Kleinanzeigen, da habe ich dieses Mal nämlich einfach durch die PC-Kategorie gestöbert und als ich den PC hier für 30 Euro gesehen habe, dann muss ich natürlich direkt zuschlagen und ich habe das Teil dann auch direkt am nächsten Tag abgeholt. Laut Angebot ist das ein Gaming-PC mit Intel Dual-Core, 4GB RAM, eine 1TB Festplatte und als Grafikkarte kommt eine GTX 260 zum Einsatz. Zu Hause habe ich den PC dann natürlich mal ein bisschen genauer angeschaut und der Prozessor, der hier verbaut ist, ist ein Intel Core 2 Duo E7400 aus dem Jahr 2008 und der hat damals um die 100 Euro gekostet. Das gute Stück bietet zwei Kerne mit 2,8 GHz, ist noch im 45 Nanometer Verfahren gefertigt, hat magere 3 MB L3 Cache und eine TDP von 65 Watt. Und damit ist es wahrscheinlich wirklich auch der langsamste Prozessor, den ich hier bisher in meinem Test hatte und darum bin ich umso mehr gespannt, wie das Teil später in den Benchmarks und Spieletests performt. Zum Einsatz kommt der Prozessor auf einem Asus P5 ND Mainboard und damit eigentlich einem ganz vernünftigen Board aus der damals gehobenen Mittelklasse. Denn auch das hat 2008 zwischen 80 und 100 Euro gekostet und war mit dem Nvidia N4 750i SLI Chipsatz, zwei PCI Express 2.0 x16 Slots und Support für Quad-Core CPUs für die damalige Zeit eigentlich ziemlich gut ausgestattet. Aus heutiger Sicht gibt es natürlich bessere Boards aus der Zeit, denn heute wichtige Funktionen wie die AHCI-Schnittstelle lassen sich zum Beispiel nicht aktivieren und so können wir unsere Festplatte auch nur mit IDE laufen lassen. Dafür eignet sich das Board ganz gut zum Übertakten und wenn wir da zum Beispiel einen Q6600 draufpacken, dann können wir auch sicher noch einiges an Leistung aus dem System holen. Bei der Grafikkarte kommt eine Nvidia GeForce GTX 260 von Sotac zum Einsatz, auch die Karte kommt aus dem Jahr 2008 und hat schon damals knapp 300 Euro gekostet. Dafür hat man auch sage und schreibe 192 Shader-Einheiten bekommen, die mit 576 MHz takten, 896 MB GDDR3-Speicher mit 999 MHz und mit Strom versorgt wird das Ganze über zwei 6-Pin-Stecker, weil die Karte mit 182 Watt TDP für die damalige Zeit auch schon ganz schön hungrig war. Und als ich das Video hier aufgenommen habe, habe ich mich an der Stelle hier gefühlt 100 Mal versprochen und statt GTX 260 GTX 2060 gesagt und darum hier mal die Frage, wie interessant wäre für euch mal ein Vergleich zwischen den beiden Karten, denn beide kosten oder haben eben mal knapp 300 Euro gekostet und vielleicht wäre es mal ganz cool zu sehen, wie schnell die Mittelklasse-Grafikkarten in den letzten 10 Jahren so geworden sind und vor allem im Vergleich eben. Wenn ihr Bock darauf habt, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ansonsten gibt es daneben noch 4 GB DDR2-Speicher mit 800 MHz CL5, ein 550 Watt Netzteil von LC-Power, was übrigens bis heute verkauft wird, ein cooler Master-Gehäuse mit vorinstalliertem 120mm-Lüfter, ein DVD-Laufwerk und eine 1 TB große Festplatte von Samsung. Alles zusammen hatte damals einen Wert von um die 800 Euro und ich denke für 30 Euro ist es doch schon eine ganz gute Ausbeute, vor allem weil man da eben noch super gut aufrüsten kann. Einen LGA 775 Quad-Core rein, das Teil übertakten, auf 8 GB RAM upgraden, vielleicht eine SSD rein und das Netzteil hat auch genug Dampf für eine ordentliche Grafikkarte. Heute soll es aber erstmal um den PC gehen, exakt so wie ich ihn gekauft habe und darum kommen wir jetzt auch schon direkt zu den Benchmarks und Spiele-Tests. Als erstes musste dieses Mal die CPU ran und zwar in Cinebench R15 und da wurde direkt meine Vermutung bestätigt, dass es der langsamste Prozessor ist, den ich bisher testen konnte. Denn im Multicore erreichen wir gerade mal 145 Punkte und im Single-Core sind es sogar nur 74 Punkte. Und wenn man gerade mal den Multicore-Score mit aktuellen Prozessoren vergleicht, dann sieht man einfach wie weit wir inzwischen gekommen sind, denn selbst die günstigsten Modelle, die man heute kaufen kann, erreichen inzwischen ein Vielfaches davon. Als nächstes war dann wie immer 3DMark an der Reihe, das konnte ich aber weder im Firestrike noch im Timespy testen, ganz einfach weil die Grafikkarte nicht mal DirectX 11 unterstützt und das aktuellste Benchmark, was ich testen konnte, war 3DMark CloudGate. Da erreichen wir eine Gesamtpunktzahl von 4922 Punkten, 11.345 Grafikpunkte bzw. 45 und 53 FPS in den beiden Grafiktests und einen CPU-Score von 1651 Punkten. Und an der Stelle interessiert mich mega, was ihr hier mit euren aktuellen Systemen so für Punktzahlen erreicht. Das Benchmark ist ja völlig gratis, das heißt, ihr könnt euch das einfach mal runterladen und das Ganze testen und dann seht ihr mal, wie viel mehr Leistung wir in den letzten 10 Jahren bekommen haben. Schreibt also gerne mal eure Punktzahl und was für ein System ihr habt in die Kommentare, ich bin da echt gespannt. Als erstes Spiel habe ich dieses Mal League of Legends getestet und zwar in 1080p-Auflösungen und mittleren Einstellungen. Im Schnitt erreichen wir da immer noch knapp 60 FPS, auch wenn wir natürlich voll im CPU-Limit sind, da sehen wir an der GPU-Auslastung, die arbeitet gerade mal zu 20%, aber im Ergebnis kann man sagen, dass sich das Spiel wirklich ordentlich spielen lässt und wer einen PC nur für League of Legends sucht, dem reichen sogar Dual-Core-Modelle. Als nächstes E-Sport-Spiel war dann CSGO an der Reihe, was ja bekanntlich ziemlich auf die CPU gehen kann. Das habe ich in 1080p und niedrigsten Einstellungen getestet und da sieht es auch schon gleich ganz anders aus. Wir sind auch hier zu 100% im CPU-Limit, erreichen im Schnitt aber gerade mal knapp 30 FPS und haben auch immer wieder Drops in die unteren 20er und irgendwie lässt sich das Ganze schon spielen, aber wirklich Spaß macht es nicht und darum würde ich auch sagen, dass es der erste PC ist, der den Toaster-Test bei mir nicht bestanden hat. Und ich bin echt gespannt zu sehen, wie stark sich das CPU-Upgrade hier auswirken wird, weil die Leistung sollte sich damit mindestens verdoppeln. Als nächstes war dann was weniger CPU-Intensives an der Reihe und zwar Bioshock Infinite, ebenfalls in 1080p und niedrigen Einstellungen und ich muss sagen, für niedrige Einstellungen sieht das Spiel selbst heute noch wirklich verdammt gut aus. Und mit im Schnitt knapp 70 FPS lässt sich selbst auf so einem alten PC super flüssig spielen. Und nicht nur Bioshock Infinite sieht dafür wie alt es ist verdammt gut aus, sondern auch Crysis 1, auch das habe ich in 1080p getestet und mittleren Einstellungen. Und da erreichen wir, obwohl das zu einem der anspruchsvollsten Spiele überhaupt gehört, im Schnitt immer noch knapp 45 FPS. Crysis 1 ist aber auch ein klassisches Beispiel dafür, dass so alte Titel gerne mal nur auf einem CPU-Kern laufen und darum würde das wohl selbst auf einem heutigen 8-Kerner gar nicht so unglaublich viel besser laufen. Als letztes Spiel habe ich dann noch Far Cry 3 getestet, in 900p-Auflösungen und niedrigsten Einstellungen und da sieht man einfach, dass die CPU selbst mit so einem alten Titel überfordert sein kann, denn wir erreichen im Schnitt gerade mal rucklige 30 FPS und haben auch einen heftigen Bottleneck. Denn die GPU wäre easy dazu in der Lage, 60 FPS auf den Bildschirm zu bringen, der Dual-Core ist aber einfach zu schwach für das Spiel. Ihr seht also, es kommt ganz darauf an, was für ein Spiel gespielt werden soll. Teilweise reicht so ein PC selbst für aktuelle Titel, in manchen Fällen ist aber selbst zu lahm für alte Spiele. Fest steht aber, dass die CPU hier auf jeden Fall der Bottleneck war und ein Upgrade könnte dafür sorgen, dass die meisten Spiele flüssig laufen würden. Und genau das werden wir im nächsten Video machen, den PC ordentlich aufrüsten, nicht nur die CPU, sondern natürlich auch die Grafikkarte und für so wenig Geld wie möglich, so viel Leistung wie möglich rausholen. Ihr könnt also auf jeden Fall gespannt sein, was das Teil am Ende so auf dem Kasten haben wird und ich bin mir sicher, dass ihr nicht enttäuscht werdet. Ansonsten soll es jetzt von meiner Seite gewesen sein, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video.